... ... ... ... ... ... ... ... Wir machen weiter mit diesem wunderschönen Spiel, äh, ja, heute mit Katz-kräftige Unterstützung, wie man sieht. Loading Safedata. Muss aufpassen, dass sie mir nicht den Rücken zerkratzt. Go to next chapter. Au. Katze. Au! Nicht pieken. Initiation. Kapitel 6. Hm, wo ist Anason? Over there. But she's talking to someone. I want to let her know that I've formed a party with a Lily. Now wait, that person next to Anason is... Eis-Wallenstein-san? She's looking at me. I need to run. Ah! Das ist Miss Weinstein. Das war das gleiche. Der Moment, wo Bell zu Yoshi wurde. Ich sehe nichts. Das ist voll gehard. Das war das. Ich treme das Ding noch richtig. Ja, ich treme das Ding noch richtig. Ich treme das Ding noch richtig. Ich kann sie nur auf den Augen sehen. Ich kann sie nur auf den Augen sehen. Das ist gut. Ich kann sie nicht auf den Augen sehen. Ich kann sie in den Augen sehen. Und vielleicht... Ja... Danke! Ja, das war so schwer. Und dann... Entschuldigung. Entschuldigung? Ich bin nicht so, dass ich mich nicht behebte. Ich bin nicht so, dass ich mich nicht behebte. Ich bin nicht behebte. Ich bin nicht behebte. Das ist ein Bison. Die Gespräche hat sich gehalten. Was sprechen wir? Ich bin nicht behebte. Ah, ja. Oh, nein. Äh, ich bin nicht mehr ein Ame? Nein, ich bin nicht mehr von Freunden. Ich bin nicht mehr zu behebteid. Meine Damen und Herren, ich bin nicht mehr zu schlagen. Nämlich ist das nicht mehr zu sagen. Oh, das ist doch egal. Die ist auch egal. Oh nein, was ist denn ich? Ich kann es mir nicht zeigen. Ich habe einen kleinen Kurschert. Ich habe keine Angst. A-Aidu, ich habe mir das Gefühl, was ich tun? Was ich tun? Ich habe mir gedacht, was ich tun? Ich habe das nicht gedacht, aber... ...sagere? 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 Das ist nicht so, wie ich es dachte. Die Schmutzung ist ein Schmutz. Kannst du nicht mit der Hand und der Hand? Ja... Dann, von der Hand? Wenn ich die Knife benutze, dann schreit die Kau. Und dann schreit die Kau. Und dann schreit die Kau. Und dann schreit die Kau. Warum spricht sie immer in der Frage? Sie sieht lustig, wenn sie die Bewegungen auf eigenes Leben sieht. Sie ist so schön. Ist sie heller? Ist sie Airhead? Eh? Gah! Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Ja, das ist gut. Das ist nicht so, dass Aiz nicht so schlecht ist. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich zu kämpfen. Ich kann mich nicht mit den Libyriern erzählen. Das ist das, was ich am besten. Mein Kind hat sich verändert. Sie ist zu schnell. Ich kann nur die Anstrengung verhindern. Es gibt keine Möglichkeit für die Anstrengung. Auf der anderen Seite ist es sehr gefährlich, dass ich die Gap mit ihr. Ich bin Angst, was wird passieren, wenn ich einen Schritt zurückkehren. Sie ist nur eine Sord-Scheaf, so es sollte sicher sein. Das ist ein Wort, ich möchte nicht von der Person hören, ich möchte nicht von der meisten hören. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich weiß nicht, was du bist, aber ich weiß nicht, was du bist, wenn du bist, dann kannst du nicht weg. A house streaks through my head. Das ist sickening. My body trembles, just remembering it. Damn, damn, damn. My movements are even faster than before. I'm so scared, my legs are shaking. I just want to go, dass du nicht so wehst, wenn du nicht in Ordnung bist. Dann ist es wieder dauerhaft. Du hast es schwer, wenn du nicht wegzunehmen. Du musst es nicht wegzunehmen, ich will nicht wegzunehmen. Es war ein wenig, wenn du nicht wegzunehmen kannst. So strict and yet kind. She's waiting for me to get up. I must rise to meet her. She won't take me seriously if I'm weak. I'm going to go to the market. The Waffe and Chances. Reicht nur nicht. Reicht, pauschen brauche ich nicht. Equipment Chances. Medical Up. Und wenn es ganz schlecht läuft. High Potion runterlegen. Guilt. Quest. A Sign of Happiness. Yiriruka Arda. Zwei Erze sammeln. So viele Schatten. Oh je. Ah, ich hab's kommen sehen. Erstmal hier lang. Jetzt nichts. Nichts. Wie kann ich den bloß ausrechnen, ey? Mal hier hoch. Dann mal hier hoch. Wenigstens hab ich hier kein Zeitlimit. Ich hab' viel zu belastet. Tante Musik. Oh. Ich hab' viel zu. Ich hab' viel zu. Ich hab' viel zu. Ich hab' viel zu. Auf die andere Seite rüber. Noch mehr Warshadows, ey. Ich lasse dich gleich raus. Ein Erdstück noch. Das wird wahrscheinlich am Ende des Dungeons sein. Gleich, Katzi. Du weißt doch, dass ich die Tür dann nicht mehr aufmache. Wir brauchen wirklich so eine Katzenklappe, ne? Wir brauchen wirklich so eine Katzenklappe. Mehrere Schatten. Mach ich vorher noch platt. Das war's. Quest clear. So, ich lasse meinen Katzen raus. Geh. Boah, ist das warm hier. Alter, ist das warm. Heilige Scheiße. Ich koche. Ich koche. Ich koche. Ich koche. Oh, natürlich. wieder ordentlich skill points sehr schön Skillcheat und den Rest abwarten, soll ich sagen. Obwohl, ich kann noch einen hiervon Machen wir das noch. So, dann nochmal zum Market gehen. Die öffne ich gleich. Mal gucken, ob das Enhancen mittlerweile geht, aber ich glaube nicht. Das reicht wahrscheinlich hinten und vorne nicht aus. Ich muss noch ein bisschen warten. Ein bisschen verkaufen. Äh, Quatsch. Ein bisschen weiter Quests machen. Insufficent Antidotes. Collect 10 Killer-Animals. Äh, Ends. Killer Ends, Dinger. Lilurka nehmen wir mit. Natürlich. Unseren Supporter. Ach du Scheiße, ist das so wieder riesig, ey. Oh ja, ein Timelit auch noch. Ich hab das gar nicht gesehen. Okay. Ich bin nah an meinen Antennen. Okay. Nix. Nix. Immer noch nix. Immer noch keine Antenne. Blödsinn. Ich bin wahrscheinlich noch nicht weit genug vorangeschritten hier. Das sind die richtigen Wörter. Ja, die haben auch nur die Hardshells. das sind wieder die kleinen ja dmd unten 4 von 10 4 von 10 Alter, jetzt lange wird's knapp Das ist noch so weit zu laufen, ey Komm schon Ey, fuck you Das schaffe ich nicht Wie soll ich denn das rechtlich schaffen? Ich krieg die scheißdinger einfach nicht Was soll denn das? Ja, wow Game over Fuck you, Alter Ernsthaft Wenn die Droprate so scheiße ist, was soll ich denn machen? Ja, muss ich ja wohl Blöde Frage, Alter Das ist echt kacke Die scheiß Antennen nicht droppen Was soll ich denn machen? Da hab ich ja keinen Einfluss drauf Das ist einfach nur wichsige Scheiße Was soll ich denn mit dem Zufallsprinzip funktionieren? Alter, lass das einfach Meine Fresse, ey Welch fischig, Leute Das sind doch Killer-Ameisen Warum geben sie das nicht? Drecksviecher, Alter Dungeon ist für diese Aufgabe fieße groß Ja, stoß mich halt immer wieder weg Ist okay, ey Fick dich selbst, ey Wow Zwei Stück Geil Netzwerkfehler Halt die Fresse Das ist überhaupt kein Netzwerkfehler, Alter Aber nicht so eine Scheiße, ey Hör auf, mich wegzuschubsen, du verdammtes Drecksvieh Nervt So Könnt ihr das jetzt mal lassen? Und wir werden nichts bekommen Killer-Ameis plus eins, okay Findet ihr aber immer noch welche Jetzt müssen die dunklen sein Die sind nicht dunkel Die sind auch nicht dunkel Warum kriege ich hier nicht die richtigen Gegner? Das ist doch kacke Ist das doch Ich werde Jitter nicht schaffen Weil sie nicht die richtigen Gegner sind Okay Mach ich dir halt nicht mehr platt Kümmer ich mich nur noch um die Schwarzen Drecksprinzip Vorher war das ja noch alles okay Aber das ist echt scheiße Dann geht mir nicht so knackig Dann gibt mir 5 Minuten Zeit oder so Wenn der Dungeon so groß ist Dann bin ich 3 Minuten Wer schafft sowas denn in 3 Minuten? Man darf nicht mal erkunden dann Dankeschön Das ist eigentlich eine Mist-Quest Ihr seid nicht dunkel Ihr seid nicht dunkel Du bist nicht dunkel Bin ich interessiert Bist du nicht dunkel, bin ich nicht interessiert Punkt Auch nicht Für alle zu killen habe ich nicht die Zeit Tut mir leid Das sind die Spielregeln Nicht meine Regeln Nicht meine Regeln Ihr seid die Richtigen So 2 Ihr seid die Richtigen Du bist die Falsche Ihr seid allesamt die Falschen Aber ihr lasst mich ja nicht durch Die Falsche Die Richtigen Die Falschen Die Falsche Wrong 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 Falsch Richtig Das Prinzip ist total dämlich Auch wenn ich es geschafft habe Auch wenn ich es jetzt geschafft habe Es ist trotzdem absolut dämlich Weil einfach viel zu wenig Zeit um alles machen zu können Das ist dumm Das mag ich nicht Danke Wir haben genug Ingridients 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 Ja, ich kann's auch verstehen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum. Es ist nicht besonders schwierig für jemanden, die in den Mittelfloor benutzt wird. Upper-Floor-Quests, such-as-defeating-Killer-Ants, ist tough-for-Nova's-Adventures. So, ihr habt wirklich geholfen. Danke, Barocoon! Ja, es war mir eine Freude! Hm, okay. Keine Quests mehr übrig. Immer noch nicht genug. Aber dafür könnte ich genug haben. Yay! Naja, Familie ja nicht. So zertan. Und Story weitermachen. Warum? 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 Ich dachte, dass ich ein Break-Up hatte, bis jetzt. Ich kann mich nicht nur aufhören, sondern auch aufhören. Du bist schon aufhören. Ich glaube nicht. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe ihn ein bisschen kennenzulernen. In der Moment she seems a little sad. I should try to cheer her up, Malfuru, I'm so weak. That will probably make her more depressed. Was she? Why don't you turn so fast and stronger? Strong? He? Is she kidding? She's not the type from the look in her eyes. I know she's not joking around. I've become stronger. No, I'm still trying to become stronger. That's right. I'm still trying to reach out to the other side, so I'll see you next time. That's right. I'll see you next time. Does Ice-san have a similar girl? She's sleepy? Let's do some training at night. What? Nap training? I'm not sleepy at all. No, no, no. What am I thinking? But she's got such a cute sleeping face. Maybe just a little. She said, don't wait. Is she sleep talking? I can get this innocent sleeping face. It can really believe called the sword princess. Which hero story was that? Which hero story was that? The story of the sleeping princess who is put under the curse and doesn't wake up for hundreds of years. What can I do until she wakes up? Oh, my body aches. My body aches. My body aches. Level 6. She defeated a deep dungeon floor boss all by herself. I thought my training had brought me closer to her. She's far. Too far rather than getting closer. And getting farther away. I wonder if I catch, if I ever reach her someday. Huh? What? Why do I need to clean the table? What? Who will help me back... Oh! Er ist weg. Ich kann mit dem Kursen aufstehen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht beantwortet habe. Aber was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mich nicht geholfen. Ich werde mir sagen. Aber ich werde mich nicht sagen. Ich habe mich nicht geholfen. Wenn ich mich nicht beantwortet habe, dann kann ich mich nicht sagen. Wenn ich sie anfangen zu erzählen würde, dann würde ich mich überraschieren und überraschieren. Ich möchte das nicht machen. Aber nachdem ich über Aisans neue Rang habe, habe ich eine Frage. Ich dachte, dass es genug ist, wenn ich weitergelebt habe. Aber ich glaube, dass etwas ist. Ich glaube, dass ich ein tiefes Obstacle überraschieren muss. In order to link up. Es war eine schöne Füße. Ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Punkt war. Es war ein sehr guter Füße. Es war eine große Füße für die Liebe. Und es war ein sehr vieles Lauf. Es war ein sehr guter Füße. Es war ein sehr. Es war ein sehr guter Füße für die Liebe. Das war's für mich. Wenn du wirklich stark bist, dann muss ich nur eine Partei sein. Ich kann nicht nur sein, dass wir uns nicht verletzen können, sondern wir können uns nicht verletzen, sondern wir können uns nicht verletzen. Ich habe nur eine Flau-Boss verletzt. Ihr Level ist zu hoch. Ich werde da nie machen. Ich denke, es ist da. Ich würde mich nicht auf einen Weg bringen. The meaning of adventure. Ich bin ein adventurer. Ich denke, es ist das Wichtigste. Ich denke, es ist nur ein Wettbewerb. Defeat three large killer ants. Nirgends in so ne Zeitlimit. Da ist nichts. Das sind normale killer ants. Large killer ants sind wahrscheinlich noch mal größer. Ist nichts. Das sind glaube ich auch nicht die richtigen. Normale. Also plus 1 killer ants. Also hier kannst du nicht gespoilert werden. Es ist tatsächlich nur Staffel 1. Aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht für das was es ist. Ist schon mit bisschen Liebe gemacht sage ich mal. Liebe zur Vorlage auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Und hi Logo. Na komm her. Ja. Ja tatsächlich. Ich auch. Ich sage auch lieber Tamachi. Weil den englischen Titel kann ich mir gar nicht merken. Den kann ich mir kein bisschen merken. Ich sage den immer wieder falsch. So. Wenn du willst kann ich dir übrigens einen Link schicken wo du alle Staffeln bekommst. Falls du sie noch nicht hast. Ja. Äh. Äh. Dazu muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Äh. Ich bereue es ein bisschen. Weil hätte ich das vorher nicht gemacht und hätte ihn danach geguckt. Dann hätte ich im Prinzip dasselbe gemacht aber ich hätte das Spiel mit mehr ähm. 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 Sagen wir mal mit mehr äh Interesse gespielt. Weil es ist im Prinzip ich kenne die Geschichte. Die einzigen Sachen die ich nicht kenne sind die Ice Parts. Weil ich den anderen Ice Part noch nicht geguckt habe. Aber ansonsten kenne ich die Geschichte halt. Es ist halt nix neues. Weswegen ich in den Dialogen auch immer teilweise manchmal ein bisschen abwesend bin. Weil es halt bekannt ist. Und das ist ein bisschen schade. Das vorher gewusst hätte ich den Anime natürlich nicht vorher geguckt. Ja. Du siehst mein Problem. So und als nächstes mache ich dann Dein Traum war und spiele Minoria. Sobald dieses Spiel durch ist. Ähm. Dürfte auch gar nicht mehr so lange gehen. Das Spiel hier. Ist tatsächlich mehr so ein kurzes. Wenn es Staffel 1 ist bist du ja gerade bei der Hälfte. Ja. Es ist glaube ich ein bisschen gekürzter sage ich mal. Glaube ich zumindest. Oh. Willkommen. Verabschiedung. Verabschiedung. Sorge. Ich bin nicht zurück. Ich bin nicht zurück. Ich bin nicht zurück. Ich bin nicht. Gott. Hey. Verabschiedung. Also wir haben gerade das Training mit Ice abgeschlossen. Ability Evolution SS. Richtig. Und ich glaube, der Minotaurin-Fight ist doch das letzte. Ja, vorher kommt halt noch das mit Valve. Wer ist eigentlich dein Lieblingscharakter? So. Ähm. Story. Alter. Immer noch nicht vorbei. Krass. Dieser Story-Arc geht aber lang. Ja. Normal geht der ja auch immer so zwei Missionen und dann war's das. Aber der hier geht ja ein bisschen länger. Äh, Hestia-Knife können wir noch nicht aufwerten. Ähm. Gehen wir nochmal kurz zur Familia. Dann haben wir wieder ein paar Skill-Punkte. Skidsheet. Ähm. Ja, man kann halt auch sehr viel, glaube ich, Optionales machen. Aber ich finde das nicht ganz so sinnvoll. Moment, ich hab 300 Skill-Points. Da kann ich doch den Support-Ding benutzen. So. Ähm. Ich hab wirklich keinen Favoriten in Damachi, wenn ich ehrlich bin. Ich, äh, ich natürlich ganz klar. Ich mein, normalerweise würde ich sagen, die mit den Katanas. Aber diesmal ist es tatsächlich der Wehrwolf. Der, äh, Bete. Der Vanguard. Den finde ich halt ziemlich cool. Ist halt der typische Badass-Charakter und ist eigentlich auch ein Arschloch manchmal. Aber ich mag ihn. Ich mag diesen, diesen Underdog. Diesen überheblichen Underdog, sag ich mal. Ich mag ihn irgendwie. Ja, er ist halt ziemlich klein, sag ich mal. Also er ist halt noch ziemlich wenig vorhanden. Aber ich mag ihn halt einfach. Aber ich mag alleine schon sein, sein, ähm. Sein, äh, sein Look. First Adventure. I'm scared, but I continue my adventure to get even a little closer to her. Defeat wie Minotaur. Okay, es geht doch wohl ein bisschen länger als der Minotaurus. This is creeping me out. The Dungeon is eerie. Silent. As well as. As well as. Let's go to the 10th floor. As well as empty. Ah, okay. I heard something. Darth Vader, bist du's? Can't be. There's no way. Why is there a Minotaur on 9th floor? I knew it. I could never forget that sound. I can count the number of times it appeared in my nightmares. Du solltest auf jeden Fall den Anime weitergucken. Gerade wenn dir die Minotaurin-Szene gefällt. Ich denke mal, da wird dir noch einiges gefallen. I could see the Minotaur rising, its sword swinging down, aiming at my head. My feet don't move. I can't even draw my knife. I'm so scared, so terrified. You saved me. She's bleeding from the head. Did she get hit by the sword? Or was it when she hit the rock with the floor? I'm so afraid. So scared of a monster roaring at me. But. If I lost her, I'd feel much worse. I can't run away while protecting Lily. Here, come. Here, come to me. Not really. Shoot, shoot. Come on. Focus on me. I need to get away from Lily. Fireball, fireball, fireball. Hold on. Why? I can't run away before she gets away. Doesn't she understand? Fireball, fireball. Fireball, fireball. Fireball, fireball. Es gibt einen Film zu Eis? Ich weiß, dass es eine Serie gibt zu ihr. Okay, now I can think, if Minotauris goes after Lily, she's done for... Fireball! Ich hab auch erst gedacht, dass das Film wär! Waaah! Dust in my eyes! No! Aaaaaah! I'm going to die! Am I in pain? I'm not sure anymore. Without my increased vitality, I would be dead right now. Nee, hab ich noch nicht gesehen! Aber das stings my eyes, I'm scared, so scared. I can't stand up. A gentle breeze. It wraps around and protects me. Ah, diese Musik, ich liebe sie! Are you alright? I did my best. Save me? Save? I'm going to be saved? Again? By her? The same way? Just the same thing? Again? Who? Me? Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! How many times do I need to be saved? I can't disgrace myself before the one I admire anymore. If I can't look brave now, when can I? If I don't show my courage here, where am I going to? If I don't reach higher right now, how will I ever? I can't leave. 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 Let's have an adventure. I'll never give up these feelings. Today will be my first adventure. Defeat Minotaurus. Wusstest doch, es ist ein Bosskampf. Oder? Ja. Ja, Bosskampf. Erstmal seinen Movement angucken. Weil die Bosskämpfe sind tatsächlich ganz schön knackig. Weil das Movement nicht immer ganz klar ist. Wobei, seins ist relativ klar. Auch wenn er das Schwert von Ichigo hat. Oh oh, er wird hütend. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Heilige. Was mache ich denn da? Ja, was soll ich denn dagegen machen? Ja, das macht er halt immer. Geil. Kann er irgendwo gegenrennen oder so? Scheinbar nicht. Meine einzige Chance ist, wenn er das hier macht. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder ausreichen. Okay, er macht das zweimal. Das geht also. Und besiegt. Puh. Ja, echt. Habe ich leider auch zu spät gemerkt. Zu immer... es ist lasci6ix, wie viel K600 wir drin reden... A G1. Es ist nicht richtig. Ich bin ein Bein-Uste-Ku-ige. Hier noch mal etwas, das ich dachte.. will er keinen Sinn so was dasselbe stoked sein. dass wir damit ausgefallen waren. Dann geimpft sein wie welche voi. von Little Rookie. Nee, die Geburt des Argonauten. Hey, die sind wir noch nicht? Wait. Ich werde es kurz sagen. Liberia? Was ist das? Hey, was ist das? Was ist das? Ah? Abiliten. Orles. Soll ich... Ich bin jetzt... Was ist der Name? Ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin immer noch nicht der Name. Ich bin immer noch nicht der Name. Ah, das ist gar nicht. Was ist das? Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus dem Eis-Arc und dem, äh, Dings, dem Bell-Arc. Wenn man die beide gesehen hat, dann kennt man vielleicht auch die Szenen. Und damit haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Und Level 2 endlich erreicht. Geil. So. Kapitel 6, Bell-Cranel, ist abgeschlossen. Als nächstes kommt dann Kapitel 6, Eis wahrscheinlich wieder. Ich frag gleich mal eben nach, wie es aussieht, ob ich noch ein Part reinschieben soll oder ob ich jetzt runterkommen soll. Und wir sehen uns dann eventuell gleich wieder. Auf Frühschöpfung sein, bis gleich auf rein. Eure Wahre ist Logo. Wenn du noch quatschen willst, dann komm in Discord rein. Können wir mal eben quatschen. Oh, and Outer. Damachi! ARD Text im Auftrag von Funk